Überhaupt in keinem Teile, das ist nicht das geringste, das was jetzt hier stattfindet, ist die Vernichtung Europas. Ist euch das überhaupt nicht bewusst? Ist das das Besten in Berlin überhaupt nicht bewusst? Gehst mal bitte schön da nach Berlin und erklärst dir mal was hier los ist, dass die Leute hier... Das waren die 55er Jahre, das sind 180.000 Ungarn innerhalb von ein paar Wochen. Die kommen aus vier oder fünf, aus vier oder fünf, nicht Trittstaaten, wandern die hier ein und übervölkern uns. Darum geht es. Wir reden hier nicht vom Dritten und Zweiten Weltkrieg. Es geht darum, dass die hier reinströmen aus dritten Staaten, wo sie schon alle Asyl hätten beantragen können. Jetzt nennst du mich eine Lügner und dann sind wir auf Paris. Das habe ich nicht gesagt. Darum geht es hier. Und hier wird in den nächsten Wochen, Monaten die Hölle entstehen, dank Angelika Merkel. Verlasst euch drauf. Und nicht nur hier, auch in Deutschland. Und die Deutschen sind nichts anderes, nichts Besseres, nichts Schlechteres, wie die Österreicher. Und die gehen genauso nach Berlin, wie die Leute in Österreich nach Wien gehen würden. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil wir sind nicht die Arschtrampen hier für die Islam. Sende das.